Ok, es sind schon ein paar Leute von uns gelandet. Da können wir mit Postpok laufen. Aufschüsse. Man, dieses Overbending geht mir auf den KX. Ah, ich wollte gucken, ja. Unser Mann ist tot. Entweder von einem NPC erschossen oder von einem feindlichen Spieler. Schüsse hört man erstmal keine mehr. Ein kurzer Blick auf den Map. Ne, keiner da von uns. Also können wir auf alles schießen. Außer auf uns gegenseitig. Der muss ein bisschen vorsichtig runterlaufen, sonst bricht es ja die Schienbeine. Der ist auf jeden Fall ein Spieler. Ne, das ist ein NPC. Ich habe den Quagen gehört. War der denn auf dich geschossen? Ne, ich dachte auf dich, oder? Ne, ne. Achso. Oh, da ist eine Granat explodiert. Oh, nochmal. Der Spieler. Nochmal. Ich würde sagen, ich lasse dich schießen, ne, wenn du einen Fall hast. Auf dem NDC. Wenn du nicht weißt, wo ich bin, musst du auf der Map gucken. Ja, ja. Ich möchte drauf. Das läuft. So, jetzt versteck dich mal irgendwo in einem Gebüsch oder so. Ja. Mach nicht so nerven, nicht, dass die NPCs uns checken. Aber die sehen uns nicht durch den Büsch und so. Schaffbar. Sehen dich nicht, aber die vermuten dich dahinter. Die schießen dann manchmal rein. Du hast jetzt eh mochen. Wo hast du jetzt dem Auto gingen? da ist der spieler da kommt doch leise jawohl du raschelst aber hat uns hier ich weiß nicht ob ich ihn hab scheiße nicht dass du meine granate ich habe eine granate geschmissen nein du hast ihn nicht er schießt noch ja es hat gelegt bewege ich mich gar nicht am besten gar nicht bewegen aber ich habe ihn gute hits verpasst hier ja ja Untertitelung des ZDF, 2020 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 Mit Inihoff, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ach, hier ist doch. Hier muss ich hin. Okay, wie war es das jetzt? Check the state of the water filtration unit. Oh, wo sind die jetzt schon wieder? Oh, wo sind die jetzt schon wieder? Da muss es noch einen Raum geben. Oh, wo ist der? Was war das? Water filtration. Manchmal steht, oder es steht ja an den Räumen immer dran, das Water Supply. Das ist ja auch gerade, du hast auch ein Detail gemacht zu Left Behind und Last Pharavel. Oh, hier ist auch noch so ein Ding. Oh ja. Ich habe es. Ich habe es abgeschlossen. Geil. Was hast du gesagt? Ich sage, du hast auch ein Video gemacht zu Left Behind und Last Pharavel. So, wir können gehen. Ich bin hier durch. Wo bist du? Ich bin jetzt nicht mehr in den Raum. Okay. Ich muss den Auskommen auch gehen. Ach da? Okay. Dann verpissen wir uns hier. Geil. Keinen Schlüssel gebraucht. Schöne Sache. Und dann zurück und einen neuen Server suchen, Alter. Hier wird es ja blöd. Ja, definitiv. Ich hätte ihn gekriegt. Der hat nämlich um die Ecke gepiekt. Beziehungsweise, dann habe ich halt gefassen. Aber dann... My NSF-Bisch. Um... Junge. walking. Junge. 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 Junge.